Ist dein Depot in der aktuellen Situation auch hoffentlich Allianz versichert? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkun und ich gebe es zu, dieses Intro gerade eben wird wahrscheinlich nicht in der Hall of Fame von Aktien mit Kopf Intros landen. Ist aber auch vollkommen egal, denn an diesem Sonntag, meine lieben Damen und Herren, geht es um die Allianz SE in der Aktie mit Kopf Analyse. Und wie ihr hinter mir am Chart schon so ein bisschen erkennen könnt, ist so einiges hier zu tun. Wir werden uns natürlich die Geschichte anschauen, das Geschäft, also wie verdient eigentlich die Allianz ihr Geld? Und dann gucken wir uns einige positive und negative Aspekte an und was ich denn so selber von der Aktie halte. Wie immer wisst ihr ja, ich sage das in der aktuellen Zeit lieber aber nochmal ein bisschen öfter dazu, dass jede Anlage in Aktien ein Risiko birgt. Und alle Leute, die jetzt am Aktienmarkt investiert sind, die sehen das auch, wenn sie ihr Depot öffnen. Und dass alle Aktien, über die ich hier spreche, keine Kaufempfehlungen meinerseits darstellen, sondern einfach nur meine Meinung als Privatanleger. So, diese Aktie, die Allianz, die gibt es schon länger an der Börse als jeder von euch da draußen, der diese Videos schaut. Außer dein Geburtsjahr befindet sich vor 1895, denn dann ging die Allianz bereits in Berlin an die Börse. Gegründet wurde das Unternehmen nur fünf Jahre vorher mit einem Gründungskapital von 4 Millionen Mark. Da haben sich damals so ein paar Banker zusammengetan und haben gesagt, hey, passt mal auf, lass uns doch ins Versicherungsgeschäft einsteigen. In ein paar Jahren wird auch der Warren Buffett geboren und der soll ja damit richtig viel Erfolg haben. Deswegen, lass uns doch selbst auch damit einsteigen, bevor es zu spät wird. Und das haben die Herren dann auch fleißig getan. Schon drei Jahre später hat man Filialen in London, in den Niederlanden, in Italien, in Frankreich eröffnet. Das heißt, die Allianz ist nicht nur jetzt eine der größten Versicherungsgesellschaften der Welt, sondern ist auch schon seit 100 Jahren ein internationaler Versicherer. Dann, vor allem 1918, ja, man hat den Ersten Weltkrieg gerade so gut überstanden, ist man nach und nach natürlich mit der Bekanntwerbung und mit der Massentauglichkeit des KFZs auch in dieses KFZ-Versicherungsgeschäft eingestiegen. Und davon hat natürlich dann die Allianz massiv profitiert, weil immer mehr Leute konnten sich ein Auto leisten. Und was braucht man, wenn man sich ein Auto leistet? Und richtig, eine entsprechende KFZ-Versicherung. Und damals war das eben auch noch nicht so, dass die Leute überall auf Tarifcheck oder Check24 nachgucken konnten, wo es die günstigste KFZ-Versicherung gab, sondern es gab eben noch viel weniger Anbieter. Und die Allianz hat natürlich dieses Wachstum gerne mitgenommen. Dann 1922 haben sie die Lebensversicherung eingeführt, ja, ein weiterer Bereich, den natürlich jetzt immer noch in dem Geschäft von der Allianz mit stattfindet. Und dann 1945 gab es natürlich erst mal ein Bankrott. Warum? Krieg allgemein ist natürlich immer eine blöde Sache, gerade aber natürlich vor allem für Versicherung ist das eine blöde Sache, weil wenn natürlich die Finanzanlagen einer Versicherung irgendwie nach dem Krieg nichts mehr wert sind, dann hat diese Versicherung natürlich ein helbliches Problem. Vor allem dann, wenn auch gleichzeitig die ganzen Schadensforderungen in die Höhe schnellen. Auf der anderen Seite aber die ganzen Mitarbeiter der eigenen Versicherung im Krieg gefallen sind und deswegen natürlich das Unternehmen ja nichts mehr auszahlen kann. Deswegen Bankrotterklärung, dann erst mal ein bisschen verstaatlicht und dann ging es aber wieder Schritt für Schritt nach vorne, weiterhin mit den KFZ-Versicherungen und so weiter. 1958 kam dann der berühmt berüchtigte Spruch, hoffentlich Allianz versichert, ja, den natürlich jeder von euch wahrscheinlich kennt. Und dann hat man akribisch weitergearbeitet, 1973, dann war man schon der Top-Versicherer in der gesamten EU und Top 10 weltweit. 1998, ja, als natürlich die ganzen Banken und so auch immer weiter und größer gewachsen sind und Frankfurt natürlich auch ein wichtiger Finanzplatz wurde, dann ist man bei der Allianz so langsam ein bisschen, hat man so ein bisschen Überwasser bekommen. Also erst hat man angefangen, so Asset Management einzuführen. Das war durchaus noch ein sehr guter Schritt. Das heißt einfach eine Vermögensverwaltung, so ähnlich wie es auch BlackRock macht. Weil einerseits hat natürlich eine Versicherung, das werden wir gleich noch sehen, jede Menge Kapital zum Anlegen. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch noch extern von Kunden Geld anlegen, so wie das zum Beispiel ja BlackRock auch macht. Aber dann, 2001 haben sie sich ein bisschen verhoben, ja, mit dieser großen Vision, ähnlich wie es ja auch damals bei Daimler und Chrysler und so überall mal war, nämlich mit der Übernahme der Dresdner Bank für 30,7 Milliarden Euro. Und das hat eben fundamental nicht funktioniert. Und man musste diese Bank dann wieder verkaufen für 5 Milliarden Euro. Und das wurde damals an die Commerzbank verschleudert. Da würde man jetzt sagen, boah, voll das schlechte Investment. Aber die Allianz kann sich immer noch glücklich schätzen, denn die Commerzbank, die hatte damit auch nicht viel anfangen können und ist dann ja selber am Ende nach der Finanz oder während der Finanzkrise vom Staat gerettet worden. Ja, 2015 kam dann der Oliver Bäthe ins Management beziehungsweise wurde CEO von der Allianz Versicherung. Und ja, es gibt über Oliver Bäthe einige Videos auch bei YouTube. Da kann man sich eigentlich einen ziemlich guten Eindruck von dem machen. Und der hat eigentlich dann auch in einigen dieser Videos gesagt, wir machen jetzt Schluss mit diesen ganzen Experimenten. Wir wollen kein allumfassender Finanzkonzern werden, sondern wir wollen uns auf die Sachen konzentrieren, die wir gut können, wollen diese Produkte aber nach und nach immer weiter digitalisieren und immer einfacher für den Kunden machen und gleichzeitig auf die Erhöhung des Aktionärswertes setzen. Also eigentlich genau das, was wir als Aktionäre wollen. Ja, und aktuell nach dem großen Corona-Crash ist die Allianz aktuell an der Börse 54,6 Milliarden Euro wert. So, jetzt kommen wir mal zum Eingemachten. Und zwar, wie verdient eigentlich die Allianz Versicherung Geld? Ja, das ist natürlich das, was uns interessiert. Die haben eigentlich drei große Bereiche. Und zwar einmal den Bereich Schaden und Unfallversicherung. Und zwar macht das 45 Prozent des Gewinns des gesamten Konzerns aus. Ist also der größte Bereich hier Schadensversicherung, Unfallversicherung. Natürlich noch untergliedert in die ganzen jeweiligen Einzelversicherungen, die da hier mit reinfallen und so weiter. Haftpflichtversicherung und der ganze Kram. Dann Lebensversicherung und Krankenversicherung macht bei der Allianz 35 Prozent des Geschäftsbereiches beziehungsweise des Gewinns aus. Und auf diese Lebensversicherung und Krankenversicherung, das fand ich ziemlich interessant, obwohl natürlich die Lebensversicherung als Anlage an sich in der aktuellen Zeit immer unattraktiver wird, erzielt die Allianz hier eine Eigenkapitalverzinsung von 12 Prozent. Liegt natürlich auch daran, dass sie viel Fremdkapital hier einsetzen. Der nächste Punkt ist eben das Asset Management, wo man eine richtig gute Gewinnmarge von 40 Prozent einspeist in den Konzern und 20 Prozent des Gewinnanteils fällt mittlerweile auf diese Sparte ab. Das heißt eigentlich ein gut diversifizierter Bereich. Kein Bereich hat eine übertrieben krasse Bedeutung, wobei natürlich dieser hier schon heraussteht, aber jeder einzelne Geschäftsbereich verdient für den Konzern Geld und für uns Aktionäre. So und wie wird das jetzt eigentlich genau verdient, dieses Geld? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten für eine Versicherung, Geld zu verdienen, aber die werden, wie wir gleich auch sehen werden, ausreichen. Und zwar im ersten Fall kriegt natürlich die Allianz Prämien ausgezahlt. Was sind diese Prämien? Wenn du irgendwo eine Haftpflichtversicherung oder eine Rechtsschutzversicherung oder eine Krankenversicherung oder irgendeine Versicherung abschließt, zahlst du ja entweder Prämien direkt gleich für das ganze Jahr oder halt monatlich ein in diese Versicherung. So und du hast ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung oder eine Krankenversicherung oder irgendwas hast und du hast monatliche Zahlungen als Kunde, damit du dich selber absicherst, aber du hast ja nicht immer gleichen Schaden. Und dieser Schadensfall, falls der eintritt, der wird im Endeffekt von dir, was das Risiko angeht, auf die Versicherung übertragen und die poolt dann eine enorme Menge an diesen Versicherungsprämien, schlägt aber immer einen kleinen Prozentsatz obendrauf. Das ist sozusagen dann die Marge der einzelnen Versicherung, sodass halt jeder Einzelne, wenn ihm was passiert, geschützt ist und auf der anderen Seite die Versicherung trotzdem Geld verdienen kann. Und hier ist es eben so, dass natürlich die ganzen Schäden, die auf der Welt überall passieren, natürlich dann auch vom Versicherer gezahlt werden müssen. Aber, und jetzt schaut mal hier, 6 Prozent, was bedeutet die? Ich gebe zu, ist ein bisschen unglücklich vielleicht hingeschrieben. Es bedeutet eben, dass die ganze Kosten- und Schadensquote nur 94 Prozent von den Einnahmen, die die Allianz durch die Prämien macht, beziffert. Das bedeutet, 6 Prozent bleiben am Ende dafür für die Allianz übrig. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite aber eben noch die Kapitalanlage, hatte ich ja neulich schon bei Berkshire geschildert, nämlich dieser Float, den natürlich die Allianz in Aktien und andere Wertpapiere zwischendurch investieren kann. Aktien allerdings per Gesetz nicht ganz so viel, vor allem in Staatsanleihen wird hier investiert. Und die Allianz hat natürlich, wie gesagt, auch noch Assets under Management von anderen externen Kunden. Insgesamt 2 Billionen under Management, ja. Und daraus erzielen sie natürlich eben auch noch Erträge. Und das Ganze kann man jetzt einfach mal hier als Beispiel auch sehen. 2018, der Umsatz betrug 103 Milliarden Euro und der Gewinn immerhin 7,46 Milliarden Euro. Die Allianz selber ist aber im Gegensatz zum Beispiel zur Munich Re oder zur Hannover Rückversicherung nur ein Erstversicherer, okay. Das ist hier nur so in diesem Moment ein Side-Fact. Ja, und jetzt wollen wir uns natürlich angucken, was ist die Allianz denn eigentlich auch, natürlich vor allem nach diesem Corona-Crash-Wert. Ich habe mir selber auch eine Discounted-Cashflow-Analyse mit einigen eher moderat-pessimistischen Annahmen gestellt. Die kann ich euch gleich nochmal kurz zeigen. Gehen wir aber erstmal einige andere Punkte durch. Natürlich zum Beispiel negativ fällt auf bei der Allianz 2008 Finanzkrise. Da ist der Gewinn um 131 Prozent eingebrochen und der Verlust war bei 2,44 Milliarden Euro. Das heißt, eine Anlage in die Allianz-Aktie ist gleichzeitig auch immer eine Anlage in den Finanzmarkt allgemein. Und das muss man immer auch als Aktionär natürlich berücksichtigen, dass so ein Unternehmen dann extrem konjunkturanfällig ist aber genauso schnell, das ist wiederum positiv, hat die Allianz sich wieder erholt. 2009 ein Gewinn, Anstieg von 275 Prozent, natürlich von einem sehr tiefen Niveau muss man sagen, aber immerhin direkt wieder ein Gewinn von 4,3 Milliarden Euro erzielt. Ein guter Hinweis auf ein gutes Management. Wachstum ist zwar sehr langsam und stetig, das ist also eher so neutral, weil nun mal die Versicherungsbranche zum Beispiel in Deutschland wächst mit ungefähr 2 bis 3 Prozent nur pro Jahr. Die Allianz liegt darüber, was die Prämien angeht, etwas höher mit so 5 bis 6 Prozent pro Jahr, kann also hier auch ein bisschen besser wachsen als der allgemeine Markt. Jetzt gucken wir uns mal die EBIT-Marge an, das ist ein positiver Aspekt, die wurde nämlich in den letzten Jahren schon nach und nach immer weiter gesteigert und das ist natürlich eine Auswirkung auch hier wiederum vom Management, in dem es nämlich sagt, wir digitalisieren und vereinfachen zum Beispiel immer mehr die Versicherung, das heißt die Kommunikationswege, dass die Allianz natürlich mehr und mehr Zeit auch verbringen kann mit Akquise, mit Vertrieb und mit neuen Produkten statt rund um die Uhr nur mit der komplizierten Verwaltung der bestehenden Produkte. Und hier ist natürlich auch so ein bisschen die Chance in der Zukunft, dass durch diese nachhaltige Vereinfachung von Produkten mehr Zeit bleibt, auf der anderen Seite mehr Kosten gespart werden und das sich natürlich wiederum in einer besseren Marge hier niederschlägt. Ein weiterer positiver Aspekt, das sind richtig krasse Dividenden, Jungs, die haben 11% die Dividende allein in den letzten 5 Jahren gesteigert, aber, und jetzt kommt halt eben noch ein paar negative Punkte, 80% des Portfolios sind eben Anleihen und das ist nicht so, weil die Allianz das einerseits natürlich muss, sondern natürlich auch, weil sie es wollen. Wenn du natürlich Finanzanlagen auch hast, wo du auch immer weißt, du hast natürlich auch ständig irgendwelche Schäden zu begleichen, dann kannst du natürlich nicht in die allervolatilsten Bitcoin-Spekulationen dein ganzes Kapital reinknallen, sondern musst natürlich auch relativ sichere Anlagen wählen, die nicht so volatil sind. Und da haben wir natürlich den Punkt, dass zum Beispiel 50 Milliarden von dem Kapital der Allianz auch in italienischen Staatsanleihen und so weiter steckt. Das heißt, du hast hier natürlich immer dieses Risiko mit, in das du investierst, dass zum Beispiel solche Anleihen eben auch ausfallen können und das natürlich dann auch für einen Versicherer zum großen Problem werden kann. Und ein weiteres Problem, ein weiterer negativer Aspekt, es gibt ja jetzt auch schon wieder ganz viele Leute, die schon genau wissen, was für eine Hyperinflation kommen wird und so weiter. Keiner weiß das ganz genau, aber viele sagen, sie wüssten es oder nehmen es jedenfalls an. Aber nehmen wir mal an, die Inflation würde tatsächlich stark anziehen. Das ist natürlich für so einen Konzern wie irgendwie Burger King oder McDonalds jetzt kein so großes Problem. Die Preise steigen an, die erhöhen ihre Preise natürlich auch ganz normal. Aber die Allianz hätte natürlich bei einer steigenden Inflation schon ein Problem, weil auf der einen Seite müssen sie natürlich bei den Schadensfällen höhere Preise zahlen für irgendwelche Krankengeschichten und so weiter. Und auf der anderen Seite erzielen sie aber nicht unbedingt mehr Rendite mit ihren Finanzanlagen. Und das ist natürlich schon auch ein dickes Risiko bei einer steigenden oder sogar Hyperinflation. Da haben wir sowieso noch ganz andere Probleme, die dann auf uns zukommen würden. Wichtiger Punkt aber, wenn man über Versicherung spricht. So und jetzt, wenn wir aber von einer 4-5%igen Gewinnwachstumssteigerung ausgehen, ist es natürlich so, wenn sich jetzt manche Leute fragen, wie kann das denn eben sein, dass der Gewinn pro Aktie trotzdem stärker steigt als zum Beispiel der Gesamtmarkt. Nun, das ist natürlich auch so, die Allianz kann erstens als international tätiger Konzern natürlich auch überall in anderen Ländern Chancen nutzen. Und es ist auch so, die Advantages of Scale sind bei einer Versicherung natürlich auch stark gegeben, weil je größer natürlich die Versicherungsmenge ist, die das Unternehmen hat, und je größer im Endeffekt, je mehr Kunden sie haben, wo sie das auch einpoolen können, desto mehr Dinge können sie natürlich auch versichern und desto lukrativer wird es eben auch für die Versicherung. Und wenn sie natürlich eigene Aktien zurückkaufen, steigt auch der Gewinn pro Aktie an, was sie auch, wenn man sich die Quote der ausstehenden Aktien anguckt, eben gemacht haben. Und jetzt ist natürlich der Fall, dass die Allianz auch gelitten hat. Guckt euch einfach den Kurs an. Im Tief war sie irgendwie schon bei unter 130 Euro pro Aktie nur noch. Jetzt ist sie gerade bei 130 Euro. So, und ich habe das Ganze jetzt mal in meine Tabelle gejagt und bin jetzt mal von einem tatsächlich schlechten Fall ausgegangen, das nicht das absolute Worst-Case-Szenario ist, das gebe ich zu, aber eben schon ein relativ schlechtes, wie ihr seht, weil noch 2018 hat die Allianz einen Gewinn pro Aktie von 17,4 Euro erzielt. Und 2018, je nach Projection, die Ergebnisse müssten ja jetzt auch bald kommen, irgendwie so 18,5 Euro, weil es ein Wachstum von ungefähr 6% wäre. So, und jetzt habe ich mal einfach angenommen, dass im nächsten Jahr aufgrund des aktuellen, ja, wirtschaftlichen Schadens, der jetzt schon erstanden ist, aber der natürlich auch noch entstehen kann, dass dieser Gewinn ziemlich stark einbricht, nämlich um 50%. Ja, man kann aber natürlich jetzt, wenn man möchte, auch schon hier hingehen und sagen, hey, ich rechne damit, dass die Allianz tatsächlich auch sogar einen Verlust macht. Ja, je nachdem, wie ihr eure Annahmen trefft, werdet ihr natürlich dann einen immer geringeren Unternehmenswert hier herausfinden. Ich bin davon ausgegangen, dass der Gewinn um 50% einbricht und dass dieser Gewinn dann aber in den folgenden Jahren stückweise wieder ansteigt, sodass wir dann im Jahr 2023, 2024 erst wieder ungefähr auf diesem Niveau sind, den die Aktie jetzt davor hat. So, jetzt können natürlich manche Leute sagen, die sagen, hey, Collier, du musst erstmal ausrechnen, dass sie jetzt tatsächlich einen Verlust machen. Ja, die können natürlich auch wiederum auf der anderen Seite von mir hören, dass ich auch hier dafür angenommen habe, dass sich eben dieses Gewinnniveau erst wieder in vier, fünf Jahren einpendelt auf das, was jetzt vor dem Crash war. Ja, und da kann man jetzt schon sagen, dass das schon ein schlechtes Szenario ist, weil es kann durchaus ja auch besser laufen. Aber wie gesagt, je nachdem, welche Annahmen man trifft, so entgibt sich dann der Unternehmenswert raus. Ja, und dann gemessen an die Zukunft und weiteres so 5% Wachstum immer pro Jahr, ergibt sich bei mir ein Wert aktuell pro Aktie von so ungefähr 219 Euro, der eigentliche faire Wert, den die Allianz hat. Und beim aktuellen Kurs von 131 würde das bedeuten, dass man ungefähr so 65 bis 67% Upside hat. So, und mein Fazit ist jetzt, dass ich trotzdem die Allianz Aktie aktuell nicht kaufe. Und zwar, weil es mir natürlich als Nicht-Experte in diesem Versicherungsbereich einfach trotzdem zu schwer fällt, in der Zukunft wirklich fundamental einzuschätzen, wie sich die Ertragslage auch entwickelt. Ich meine, es ist ja nicht nur die aktuelle Situation, die viele Fragenzeichen mit sich bringt, sondern es sind ja natürlich auch die ganze Konkurrenzsituationen wirklich tricky. Ja, ich meine, Berkshire tut sich zusammen mit Amazon und JP Morgan und kocht da auf einmal ihre eigene Suppe für die eigenen Mitarbeiter. Aber wer weiß, wenn die das Ganze noch global ausrollen, was da überhaupt noch für Konkurrenz auf so ein Unternehmen wie die Allianz hinzukommt. Das heißt, das ist für mich einfach nicht so schwer einzuschätzen. Mein Bauchgefühl ist relativ optimistisch, was die Allianz angeht, aber wie gesagt, für mich zu schwierig. Man kann natürlich immer noch die Entscheidung treffen, ob man als diversifizierter Dividendeninvestor auf die Aktie setzt. Da macht es dann wahrscheinlich sogar schon wieder eine Menge Sinn, weil es einfach eine Aktie ist, die sehr verlässlich die Dividende auszahlt und auch eben richtig schöne Dividendensteigerungen mit sich bringt. Aber für mich als Einzelaktieninvestor, der gerne auch große Positionen und große Wetten auf einzelne Unternehmen macht, ist diese Aktie aktuell kein Kauf. Jetzt könnt ihr natürlich auch sagen, habt ihr schon die Aktie zugeschlagen? Jetzt könnt ihr natürlich noch was beitragen und sagen, habt ihr schon bei der Aktie zugeschlagen oder ist es euch auch zu risikobereit? Jetzt könnt ihr natürlich noch dazu was beitragen und eure Einschätzung geben. Was ist eurer Meinung nach die Allianz wert? Habt ihr sie sogar schon im Depot oder wollt ihr in die Aktie noch investieren? Haut es mir unten in die Kommentare und dann bleibt bitte, bitte gesund, Leute. Bleibt am besten auch zu Hause. Wir haben hier auf Mallorca jetzt auch nochmal zusätzlich drei Wochen Ausgangssperre aufgebrummt bekommen. Das heißt, bis Ostern wahrscheinlich dürfen wir nicht großartig das Haus verlassen, außer zum Gassi gehen und zum Einkaufen. Das war es dann. Und natürlich zerrt das so ein bisschen an den Nerven auch irgendwie. Und ich denke mir aber an der anderen Stelle auch immer, ja, wenn ich hier so sowas lese und was dann halt auch mit Bankrott und in den Kriegen und alles passiert ist und ich denke mir halt immer so, ja, natürlich ist es einerseits scheiße, wenn man zu Hause bleibt. Auf der anderen Seite tue ich damit aber wiederum auch was Gutes, nämlich all den ganzen Helfern und Leuten im Einsatz aktuell, die natürlich möglichst sich auf die Leute konzentrieren wollen, die jetzt tatsächlich hier infiziert sind und nicht noch mit irgendwelchen anderen Leuten im Krankenhaus zu tun haben, die den ganzen Apparat unnötig belasten. Ja, und ich versuche dann im Endeffekt auch meine Nerven zu behalten und mir irgendwie zu sagen, dass es mir auch wesentlich irgendwie nicht so schlecht geht, wie es vielleicht noch anderen Leuten geht und auch einfach mal dankbar sein in der aktuellen Situation für die Dinger, die man hat und auch mal nachzudenken, wie man das Ganze jetzt langfristig für sich einordnet. Ich werde jedenfalls weiterhin für euch den Content hier hochhalten, das ist natürlich vollkommen klar, aber falls euch der Content hier nicht ausreicht, könnt ihr natürlich selbstverständlich auch dann bei Netflix vorbeischauen, wenn sie die dritte Staffel von Aussag bringen. Oder ich glaube jetzt auch, in zwei Tagen kommt Disney Plus in Europa raus, das wird natürlich auch ein interessantes Angebot werden. Herzliche Grüße, ihr Netflix und Disney Aktionär. Macht's gut, ciao, ciao.